Woche 52 Sadhu Sangha Viele Menschen erahnen, dass etwas mit ihrer Existenz in dieser Welt nicht stimmen kann. Man hat eine beständige Ahnung, dem Vergänglichen nicht wirklich zugehörig zu sein. Die Sehnsucht weist darüber hinaus. Allerdings sind es nur wenige, die dem Anfangsverdacht Folge leisten und mit aller Ernsthaftigkeit und Unwiederbringlichkeit ins Ungewisse aufbrechen. Der Sog in das Greifbare und Verstehbare ist immens. Die innere Treue, die es bräuchte, um dieser zarten Sehnsucht zu folgen, ist schwierig aufzubringen, wenn man darin nicht substanzielle Unterstützung erhält. Das ist Sangha. In innersten Herzen existieren gleichzeitig die Sehnsucht nach Stille und auch die Freude an der Sangha. Doch die kollektive Entzückung, Anhänglichkeit, Schwägen im Gemeinschaftsgefühl, die Mystik des Fußballstadiums ist zwar ein Zusammensein, aber nicht Sangha, heilige Gemeinschaft. Die Selbstwahrnehmung der Einsamkeit ist die zwangsläufige Folge einer Vernachlässigung und Indifferenz zur Beziehung zu Krishna. Den daraus resultierenden Überlebenskampf nennt man im Alltagsbewusstsein sein eigenes Leben. Der Einsame hat sich isoliert von einer Intensivität, von einer brennenden Nähe. Wenn man diese brennende Nähe mit Gott nicht aushalten will, dann ist die Anhänglichkeit in einer Gruppe die Zusammenkunft mit anderen Menschen nicht heilige Gemeinschaft, Sangha, sondern Ausflucht und Vermeidung. Soziales Zusammensein ist dann eine Anstrengung, wenn es nicht auf dem inneren Vermögen zum Alleinsein fußt. Sangha ist nicht Geselligkeit und Aufgehobenheit in lehmender Gewohnheit und auch nicht die Sicherheit im Rudel. Wahres Zusammensein beruht auf der Fähigkeit zum inneren Ledigsein. Alleinsein wird meistens äußerlich verstanden. Dieser Körper ist allein und kein anderer Körper ist in Sichtweite. Das innere Verständnis von Alleinsein birgt eine große Herausforderung. Das Erkennen, dass es tatsächlich darum geht, dass man jede vermeintliche Orientierung nach außen aufgibt. Man benötigt das Festhalten an Strohhalmen nicht, um zu überleben. Und man lässt sich ganz nach innen fallen, Sri Krishna ergeben. Man lässt sich ein auf einen Raum, der einem zuerst unbekannt und fremd ist. Wer nicht allein sein kann, der hüte sich vor Gemeinschaft, meint Dietrich Bonhoeffer. Wenn man es mit sich selber nicht aushält, ist der Gang in die Gemeinschaft eine Fluchtbewegung, die nicht zur Gesundung, sondern in vergrößerte Abhängigkeit führt. Eine spirituelle Gemeinschaft ist nicht ein geistiges Sanatorium, in dem man bequemen Unterschlupf finden könnte. Im brennenden Wunsch der Selbstbegegnung, dem alle anderen Wünsche unterstellt werden, eröffnen sich Weggefährten, mit denen Sangha, Weggefährtschaft und gegenseitige Unterstützung ganz natürlich einfach erfolgt. Da existiert Gemeinschaft, natürliches Zusammensein ohne Anstrengung, in umschwänglicher Freude. Kein Wesen in der Welt stellt für einen Konkurrenz dar, denn das Verbundenheitsgefühl als Seele hat immer Neidlosigkeit zur Folge. In diesen Momenten schaut man hinter den Schleier der Phänomene und weiß ganz genau, ich will keine Karriere, ich will nicht Reichtum, ich will nicht Bequemlichkeit und Konvention. Das Wachsein brennt, und die Wandelwelt hat ihre Wucht auf einen verloren. Doch die meisten Menschen haben dann wieder Phasen, in denen man lieber Schlaf wandelt, wo man so sein möchte wie die anderen. Doch auch inmitten der Anpassung im Leben, der Konvention, erwacht irgendwann die Sehnsucht wieder. Ich will die Wahrheit und nichts anderes. Wenn eine Seele erkennt, dass ihr, obwohl umgeben von all den wunderbarsten Dingen der Welt, dennoch das Allerwesentlichste fehlt, beginnt sie im Innersten zu flehen. Dies wird eine Intervention Gottes auslösen, welche sich zeigt in der Gemeinschaft eines Gottliebenden. Dadurch wird die Urahnung gestärkt und ein Grundvertrauen zieht in ihrem Herzen ein. Wenn diese Seele weiterhört und die Inhalte aus den Offenbarungsschriften aufnimmt, findet sie darin die Bestätigung dessen, was ihr die zarte Ahnung aus dem Inneren zuflüstert. Das Vertrauen stärkt sich und kulminiert in der Begegnung einer selbstverwirklichten Seele, eines Sadhu. Ein menschlicher Körper ist zwar sehr brüchig und kann in jedem Augenblick wieder zerfallen, doch ihn zu erhalten, stellt ein ganz seltenes Geschenk dar. Doch noch außergewöhnlicher ist es, die vertraute Nähe von Seelen zu erhalten, die von dem Herrn über alles geliebt werden. Bhagavatam 11.2.29 Diese segenreiche Gegenwart wird eine Revolution im Herzen auslösen. Das Lebewesen wandert lange Zeit durch die Zyklen von Geburten und Toten hindurch. Wenn die Zeit seiner endgültigen Befreiung naht, erhält es die Gemeinschaft derer, welche in der absoluten Wahrheit verankert sind. Dadurch wird in der Seele eine devotionale Neigung, eine Sehnsucht zur Hingabe erweckt. Bhagavatam 10.51.54 Wenn sich nun eine Seele dieser Welt wieder nach Heimat sehnt, 7.19, wird sie irgendwann einem Heiligen begegnen, der eine Manifestation der Barmherzigkeitskraft Krishnas darstellt. Durch diese Gemeinschaft erhält man ein unerschütterliches Urvertrauen, in Klammer Paramartika Shraddha, das als ein erster Tropfen von Radhikas Liebe betrachtet wird. Dieser erste Samen im Herzen verursacht Krishna-Seva-Vasana, den spontanen Wunsch, Krishna in Hingabe zu dienen. Der will weiter anwachsen und reifen hin zur Prima. Aber bereits die ersten Regungen in der Seele, sich wieder Krishna zuzuwenden, wirken auf Krishna anziehend und bewirken seine spezielle Aufmerksamkeit zu diesem Bhaktahin. Die Kraft des liebenden Dienens und darin erwachsener Liebe ist ebenso unbegrenzt, allgegenwärtig, ewig anwesend wie Gott und sein ewiges Reich. So wie der ewig anfangslose, ungeborene Herr Geburt nimmt in Vraja, so erscheint diese liebende Bhaktikraft durch den Mund eines Bhakta. Durch das Ohr eintretend gerät sie ins Herz. Da wird dann gleich eine tiefe Sehnsucht des Dienens geboren. Doch dieses Ohr, das sich nur an den Inhalten des Lila berauschen und ergötzen möchte, dabei die alten Tendenzen des eigensüchtigen Genießens und sich über andere Erhebens auf das Lila überträgt, nimmt nur die Schattenhüllen der Worte wahr. Anstatt Ewigkeitserkenntnis und unverrückbare Verwirklichung tauchen nur Missverständnisse im Herzen auf. Wir sind doch heim wie kranke Liebende. Die Tage sind wunderbar. Begegnungen werden geschenkt und genommen. Kleine Freuden durchziehen das Leben. Man könnte sich zufrieden nennen und dankbar für alles, was da ist. Es ist ein Alltag ohne Kummer und Sorgen und doch lastet eine Schwere auf dem Herzen. Das Innerste fühlt sich in dieser sozialen Aufgehobenheit dennoch unverstanden. Es sucht ja eigentlich nur Radhe-Sham. Es geht einem gut in dieser gastlichen, wunderlichen Fremde, aber man vermisst die ferne Heimat. Es sind wirklich die spirituellen Wehgefährten, die einem einerseits Trost schenken, andererseits aber auch das Heimweh intensivieren.